Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. In der letzten Folge haben wir einen wunderschönen Pass von Albert Einstein gefunden. Ja, was soll ich dazu sagen? Interessante Wendung. Albert. Ich will immer noch wissen, wie die in Real aussieht. Also hier von Spiegel oder so. Für die Tür hatte ich kein Key. Nein. Achso, was? 3, 3, 1, 2, 1 war das jetzt, glaube ich. 3, 3, 2, 1, 2. 3, 3, 2, 1, 2. 3, 3, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2. ich frage mich trotzdem was hier passiert ist so dann lassen wir uns mal überraschen ja komm ich muss hier auch noch durchsteuern a plus t a plus t und es gibt einen vorgegebenen weg schön es gibt keinen einzigen spiegel an bord was ist das was ist das für ein schlechtes wie auch immer allison bestreitet spionage vorwürfe anschuldigungen sind haltlos sagt allison vorbereitung für gegenklage vorbereitung worden cliff lehnen stellungnahme ab tesla abwesend bla bla jetzt komme ich auch hier hinter hier noch irgendwo was ok drecks fliegen die tür geht bestimmt dazu hinter mir so man die nein Fick dich Patel, nein Ah, King Wie viele Aubreys kann es an Bord geben? Nein Ich frage mich, ob es überhaupt notwendig ist, die ganze Zeit um zu lesen Der hat es gut gelassen Mit diesem Schreiben möchten wir sie darüber informieren, dass sie ab dem 2. Mai von LITRUS SORT STAB TANK für Meteorologie zum Koordinator da Ja, das interessiert ihn doch nicht Oh, guck mal ein Spiegel Dreckig Wow Ihhh Kakerlaken Aber, hä? Wieso finde ich hier nichts? Hm Gibt es hier nicht irgendein Key oder sowas? Das ist gerade seltsam Kammerquartier Y Ivanov Das hört sich russisch an Oh Fairfield Oh, guck mal Fairfield Was ein Zufall Das ist ein Stock Äh Äh Wir wissen, was du getan hast Tu, was wir sagen Wie wir es sagen Wann wir es sagen Oder wir stellen sicher, dass deine Tage auf der Helios gezählt sind Wir bleiben in Kontakt Oha 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 Äh Da ist schon wieder so ein grünes Symbol Das hatten wir doch schon nochmal Ähm Ruhe in Frieden, Eliza Ähm Ähm Ja Ja Mein Zuhause, die Helios ist der einzige Ort, an dem ich hier wirklich gehörte Dieses Schiff hat mich akzeptiert Ich kann nichts in Worte fassen, wie es ist das Ganze Ja, das ist Abschiedsbrief Das Ersatz-Keycard für ihr Quartier und, ja, Pardon, die Keykarten sind stark abgenutzt Da wären wir Ey, das Keykarts Los geht's Baumel in Frieden Ich weiß, darüber macht man keine Scherze Ich aber schon Ach, guck mal, können wir hier auch rein? Nein Was auch immer das für ein Körperteil ist vom Mensch Ähm Ja Steinitz War der Typ krank? Ja, wie viel Schachmiss der hier stehen hat Ansonsten nicht mal Was, selbst beim Klo? Ey, Menschen gibt's, ne? Äh, äh Gestörte Krankheit ist schön und gut Aber das hier, selbst auf dem Klo? Ich bitte euch, ey Äh Es fehlt immer noch eine Keykart Zurück zum Alpha-Quartier Wenigstens kenne ich den Weg Bist du dir da sicher? Hier passiert doch bestimmt gleich irgendwas Hä? Ah, hier lang Der Kreislauf muss unterbrochen werden Der Kreislauf muss unterbrochen werden Was? Junge Wer hat denn hier so eine Angst ein? Die sind alle hier langgerannt Oh, oh, wow Hä? Shuffleboard Scorecard Es lag doch vorher noch nicht da Ja, no Ich würde sagen, auf geht's Wenn ich jetzt erst den Strom wieder einschalten muss Verlass ich spesen Bitte funktioniere Ja Da hinten steht jemand Aber das war's auch mit der Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Die Folge ist mal ein bisschen kürzer Ähm No, weil Ja Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ihr alles noch mal runter Lasst Kommentare da Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video Bis dann bleibt noch spannend Genießt den Tag Und bye bye Tschüss Tschüss